Blockbuster. Der Driver. Zehn Jahre Knast. Endlich frei. Frecht seinen ermordeten Bruder. Ich werde euch alle töten. Der Killer muss hinter ihm her. Ist er so schnell wie du? Nein, er ist schneller. Scheiß Job. Einer muss ihn ja machen. Ich geb dir ne faire Chance. Der Cop muss das Blutbad ausbaden. Man muss Herausforderungen nehmen, wie sie kommen. Wer auf seiner Liste steht. Sieht aus, als wollte er die Truppe auswischen. Kann sein Testament machen. Gott kann dich vor mir nicht retten. FASTA Sonntag 23 Uhr Pro 7